Dem Ritter auf der Spur. Besuchen Sie eines der bedeutendsten Festungsensembles Mitteleuropas, die Burgenwelt Ehrenberg. Entdecken Sie mit uns die Burgruine, den Schlosskopf, die Highline, Fort Claudia, die Arena und den Salzstadel. Die neue sechsteilige Serie von RE1 TV mit interessanten Geschichten und Erzählungen von einst und heute. Die Burgenwelt Ehrenberg ist ein erlebbarer, ein wunderbarer Burgenpark. Burgenwelt Ehrenberg, jetzt bei RE1.